Sie ist das Herzstück der Energiewende in Deutschland, die Windkraft. Bis 2030 will die Bundesregierung die Stromproduktion aus Windkraft an Land verdoppeln. Dazu müssen alte Anlagen durch neue ersetzt werden. Das Abfallaufkommen steigt rasant. Rund 90 Prozent wird dabei weiterverwertet, doch es geht noch besser. Denn Windräder enthalten große Mengen wertvoller Rohstoffe und Hightech-Materialien, die eins zu eins in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Kein Traum, sondern machbar. Schon heute. Das, was wir anstreben müssen, das ist Kreislaufwirtschaft. Wenn jeder Produzent seine Produkte so designt, dass er selbst Interesse hat, diesen Rohstoff wieder zu kriegen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!